Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP Update Video. Ja, es ist Freitag, somit wieder XRP Zeit und wir schauen uns jetzt an, wie es jetzt in den nächsten Tagen weitergehen könnte. Sehen wir möglicherweise einen Pump, haben wir möglicherweise sogar schon unseren Boden erreicht. Das werden wir jetzt in den nächsten Minuten besprechen, doch bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und kommt gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe. Gut, und damit würde ich sagen, wir halten uns nicht zu lange auf. Wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 0,35 US-Dollar Cent. Wir sind durchs Golden Pocket gefallen, darüber haben wir ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen und über unser Descending Triangle. Das Preis hier von diesem Descending Triangle wurde fast auf den Dollar oder sogar ein bisschen unterboten. Also alles gut, wir sind unter das 0,786er Fibonacci Retracement Level gefallen. Long Order wurde damit wieder hier unten in diesem Bereich getriggert. Also auch hier sind wir momentan zumindest ein bisschen im Profit. So, wie geht es jetzt im Endeffekt weiter? So, wir sind wie gesagt am Golden Pocket. Das ist jetzt gerade so unser wichtiger Widerstand, wo es wichtig wäre, wieder zurückzuerobern, nachdem wir hier unseren Bounce gesehen haben. Was mich hier ein bisschen fraglich stimmt, ist einfach der Gedanke, wir haben zwar einen Abtrend gebildet, sieht man hier ganz gut, auch wenn wir jetzt wieder ein bisschen ins Pattern Trading reingehen mit so einer Art Ascending Triangle, also aufsteigendes Dreieck. Gefällt mir aber nicht so ganz, hat den Aspekt, wir gehen hier mit sinkendem Volumen rein. Das heißt, wir haben einen Abtrend mit sehr wenig Volumen rein, das ist nicht gut für einen Abtrend. Deutet eher wieder auf ein bisschen Schwäche im Markt hin, aber das gesamte Marktumfeld momentan deutet auch eher nochmal auf einen kleineren Abverkauf hin. Trotzdem, kurzfristig, wir machen mal ganz kurz dieses Golden Pocket weg und schauen uns jetzt einfach mal diese Abwärtstendenz an. Auch natürlich mit dem Fibonacci Retracement Tool von unserem High zu unserem Low und sehen, okay, der Bereich um 0,37 US-Dollar Cent wäre so unser erster größerer Widerstand wieder. Passt auch sehr gut, hier hat der Abverkauf begonnen, hier haben wir eine kleine Ineffizienz im Markt, die sollte meines Erachtens gefüllt werden. Gehen wir jetzt wieder ein bisschen in das Pattern Trading rein, wo ich immer gesagt bin, ich bin kein Fan davon, aber trotzdem schauen wir uns das an, es würde perfekt mit dem Golden Pocket übereinstimmen. Deswegen, die erste Take Profit würde ich auf jeden Fall, beziehungsweise wurde schon getriggert hier oben in dem Bereich um 0,35 US-Dollar Cent, da wo wir jetzt sind. Den zweiten würde ich ganz ehrlich hier oben in diese 4-Stunden-Supply-Zone, also der erste größere Widerstand kommt dann hier oben bei 0,36 US-Dollar Cent rein, das wäre Take Profit 3 und dann eben kurz vor dem Golden Pocket würde ich den Take Profit 3 auf jeden Fall setzen. Da oben müssen wir dann nochmal ganz genau gucken, weil da oben kommt dann wieder eine 4-Stunden-Supply, da kommt das Golden Pocket überein und eben der Widerstand von unserem Descending Triangle, den wir hier oben auch noch haben, das mache ich mal ganz kurz weg. Für die nächsten Wochen brauchen wir das jetzt erstmal nicht, aber das sind so die nächsten Widerstände, die auf uns warten. Und da oben dann möglicherweise nochmal einen neuen Short Trade reinmachen. Haben wir möglicherweise schon den Boden gesehen? Ich bezweifle es weiterhin, also ich bin da weiterhin etwas kritisch unterwegs. Für mich ist einfach weiterhin diese gesamte Range, die wir hier gebildet haben, weiterhin so dieser Ankerpunkt. Das ist so der Bereich, den wir auf jeden Fall für die nächsten Tage oder Wochen auf jeden Fall noch im Auge behalten sollten, bevor wir hier von einem Boden sprechen. Also wir haben hier unten, da haben wir auch schon drüber gesprochen, noch sehr, sehr viel Volumen in dem Bereich um 0,28 US-Dollar-Cent. Tiefer sollte es meines Erachtens nicht gehen, weil dann sehen wir uns irgendwo hier unten in dem Bereich zwischen 0,22 und 0,20 US-Dollar-Cent. Das wären aber auch weiterhin die nächsten Spot-Einkäufe, die ich hier tätigen würde, beziehungsweise die große Range haben wir ja schon getätigt. Der nächste Bereich wäre dann hier unten die 0,20. Und wir haben hier noch so eine ganz, ganz kleine Ineffizienz hier unten in diesem Bereich. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir hier auf jeden Fall nochmal einen größeren Abverkauf sehen könnten. Würde auch dazu passen, dass wir bei Bitcoin noch nicht den Boden vorläufig zumindest gesehen haben. Aber da müssen wir uns das jetzt die nächsten Wochen anschauen. Sollten wir hier möglicherweise einen schönen Abtrend jetzt reinkriegen mit sehr, sehr viel Volumen auf jeden Fall. Das heißt wirklich steigender Abtrend und wir kriegen positive News in den nächsten Wochen noch, wäre es wirklich möglich, dass wir hier sogar in den Bereich der 0,50 US-Dollar-Cent gehen. Die Chance dafür halte ich aber sehr, sehr gering für 10, 20 Prozent. Eher, dass wir nochmal wirklich hier diesen Boden in Richtung 0,23 bis 0,20 sehen könnten. Aufgrund eben dieser wenigen Newslage, die momentan herrscht. Aufgrund des beschissenen Marktumfelds, was wir ja immer noch haben. Es gibt keine positive News, weder bei XRP noch im Gesamtmarkt momentan aufgrund Fett und sowas. Und wie gesagt, das Volumen ist nicht wirklich stark, was hier momentan im Markt drin ist. Wir haben keinerlei Divergenzen, wir haben kein Lower Low gekriegt. Das wäre eigentlich momentan noch so das Wunschszenario, dass wir eben hier nochmal runterkommen, eine Bullish Divergence bilden und dann möglicherweise erst einen kompletten Abtrend starten. Aber dafür muss halt auch dieser Bereich dann um 0,28 bzw. 0,29 halten. Ansonsten ist die Möglichkeit für einen Crash noch sehr, sehr hoch meines Erachtens nach. Also für alle XRP-Hodler gibt keine bullischen News. Kurzfristig unser Trade läuft noch. Take Profits habe ich jetzt genannt. Nochmal ein paar Profite mitnehmen. Ansonsten orientiere ich mich hier weiterhin deutlich eher Richtung Short. Wie gesagt, der Bereich da unten, die 0,22, das ist unser größter Support bzw. längerfristiger Support. Da kann ich mir sehr, sehr guten Boden vorstellen für die längere Zeit. Der Downtrend ist weiterhin intakt, da hat sich auch nichts geändert. Da wird sich auch in den nächsten Wochen sehr wahrscheinlich wenig ändern. Aber gut, schauen wir mal, was uns erwartet. Jetzt wünsche ich auf jeden Fall allen XRP-Hodlern da draußen schon mal schöne Weihnachten. Wir hören uns dann nochmal nächste Woche zu einem letzten Update für dieses Jahr. Nächstes Jahr starten wir dann voll durch mit neuen XRP-Content. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das war es von meiner Seite. Like da lassen, Abo da lassen. Wir hören uns bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.